Ihr Lieben, so viele Videos haben wir schon für euch gedreht. Und so viele Videos habt ihr euch schon angesehen. Doch uns trennte immer noch eine gläserne Wand. Also, was steht denn uns jetzt im Wege? Einfach zu sagen, wir verabreden uns. Und zwar auf dem Welt im Wandel Kongress 2023. Und das ist hier deine Einladung. Es erwarten euch fantastische Speaker, Seminare, Workshops und ganz tolle persönliche, emotionale Begegnungen. Und damit du jetzt ein bisschen Appetit bekommst, hier die Teilnehmer. Autor und Experte für Erfolgswissen Maria Sanchez, Traumatherapeutin und Autorin Professor Dr. Oliver Lazar, Naturwissenschaftler und Jenseitsforscher Eric Standop, Gesichtsleser und Bewusstseinslehrer Julia Gößler, Mentorin für ganzheitliche Heilung Dr. Norbert Pretz, Arzt und Hypnoseexperte Michael Begelsbacher, Lebenscoach und Autor Sabine Linek, Dunkelfeld-Expertin und Heilpraktikerin Walter Rieske, Harmonisierungsexperte und Helena Paulus, Kosmetik-Experte Also nach all den Namen habe ich wirklich Lust und Bock mit euch einen abzufeiern. Ich kann es kaum erwarten und freue mich, wenn auch du mit dabei bist am 14. und 15. Oktober in der Kongresshalle Würzburg. Bis dahin. Tschüss. Kast Research Kastek-Experte Kast regulated